Hallo und herzlich willkommen auf der Do Work You Love Webseite. Mein Name ist Galina Bankuva. Ich bin New Work Coach und Speaker sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Do Work You Love. Das andere Netzwerkevent, das wir hier haben, ist das Do Work You Love Starter Event. Das gibt es einmal im Monat in München, meistens ist es an einem Montagabend. Geht drei bis vier Stunden. Dort versammeln sich 100 Menschen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen. Die sind sehr motiviert und auf der Suche nach Tipps und nach Austausch mit Gleichgesinnten, sowie auch nach Inspirationen bezüglich konkreter Arbeitsweisen und konkreten Arbeitgebern. So ein Abend läuft so ab, dass ich einen Vortrag halte mit mehreren Tipps aus meiner langjährigen Erfahrung dazu, wie du eine Arbeit finden und machen kannst, die du liebst. Im Anschluss stelle ich den Do Work You Love Canvas vor. Dazu gleich mehr. Und dieser Do Work You Love Canvas bietet verschiedene Übungen an und drei bis vier davon machen wir an so einem Abend in kleinen Gruppen von zwei bis drei Personen. Dadurch bekommst du zum einen Inspirationen, neue Denkweise, du bekommst ganz konkrete Handlungsempfehlungen, aber auch du lernst oder du kannst 100 weitere Menschen kennenlernen, denen es entweder aktuell genauso geht wie dir oder schon mal so ging. Und du kannst von ihrem Wissen, von ihrer Erfahrung und von ihrem Netzwerk genauso profitieren. Bei dem Do Work You Love Starter Event gibt es auch immer Unternehmen, die als Partner dabei sind, die unsere Philosophie teilen und die auch einen Beitrag dazu leisten, dass du deine Arbeit machst, die du liebst. gespannt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020